Servus Peter Lorde. Herzlich Willkommen beim Abschauen der Gesellschaft. Was ist Abschauen? Wer ist Alala? Peter Lorde ist ein Tanz-Tuber, der ursprünglich Videos gemacht hat. Die Videos sahen folgendermaßen aus. Oder so, so ist... Soll ich dir auch ein wenig filmen, du Arschlocher? Verpisst euch, ihr Blöden. Wenn du jetzt so aggressiv bist, jetzt legst du dann mein Stiefel im Arsch. Dann drehen wir mal weiter, Alter. Auf meinem Land, verpisst dich, du Affe. Die Füße in die Hände nehmen wir, bevor es da wegnimmt. Seid ihr immer die gleichen Idioten, Alter? Ich hab Kopfhörer auf. Ich hör dich nicht. Ich hör mich selber nicht mal schreien. Das sind jetzt Videos, die relativ bekannt sind. Menschen, die gerne andere mobben. Mittlerweile ist mein Kanal ein Mocking-Kanal. Richtig brutal, laal. Ich hab auf jeden Fall vor, jetzt mich richtig brutal blende. Mein Hauptkanal, Peter Lorde bzw. Abschaum der Gesellschaft. Offiziell, wie er mittlerweile heißt. Es gibt bei mir Videos über CDs und CDs über Videos und CDs über CDs und Peter Lorde bzw. Videos über Abschaum Lorde. Das ist jetzt der Kanal-Trailer. Allerdings wird's auch heute oder morgen noch ein paar Videos zum Thema CDs geben. Ich hab mir hier gerade vier Lieder rausgesucht, die alle so um die zwei Minuten gehen. Einige gehen zu fünf Minuten, einige gehen zu zwei Minuten, zwei. Eins geht 58 Minuten und eins geht 1 Minute 85. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin, euer Zoos-Kanal. Bis dahin, euer Zoos-Kanal.